Aufgabe 1 Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter dem i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Bilden Sie die Ableitung der Funktion f mit f von x ist gleich x of 4 mal Sinus 3x. In erster Reihe sollen wir uns Gedanken darüber machen, welche Ableitungsregeln hier benötigt werden. Dafür schauen wir den Funktionsaufbau an. Ich glaube, ganz einfach hier zu erkennen, die Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen. Einmal dieser x of 4 Geschichte und einmal Sinus 3x. Und beide Funktionen sind mit Mal verknüpft. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir als erstes die Produktregeln verwenden. Und wenn wir die hintere Funktion anschauen, sollte uns auffallen, dass sie noch verkettet ist. Also eine äußere und innere Funktion gibt. Deshalb natürlich spielt auch die Kettenregel eine Rolle. Jetzt zu der Ableitung. Also nach der Produktregel. Wird zuerst der erste Term abgeleitet. Das sind natürlich 4x hoch 3. Mal der zweite wird einfach unverändert abgeschrieben. Sinus von 3x. Plus erster Term abschreiben. Und zweiter mit der Kettenregel ableiten. Die Ableitung der äußeren Funktion lautet Cosinus von 3x mal die Ableitung der inneren Funktion. Also 3x abgeleitet sind 3. Zusammenfassen müssen wir nicht, weil es die Aufgabenstellung nicht verlangt. Das ist die Möglichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020